Das deutsche Bier ist das beste Bier in der Welt und schmeckt sehr gut und relativ günstig. Man könnte ruhig noch günstiger sein, billiger. Aber es wird heutzutage nicht mehr gemacht. Aber wenn man gerne immer ein Bier trinken tut, dann muss man halt eben heutzutage ein Euro mehr ausgeben für ein Butterbier. Oder Glasbier, Fassbier, wenn man irgendwo eins kriegen kann. Und es gibt nichts besseres als das deutsche Bier. Und die anderen, die können wegbleiben mit ihrem scheiß Bier. Wie weiß, bloß sie, bloß sie denn nach. Speaks nache, bloß sie, bloß sie, bloß sie, üblich sie, fliege. Das nuovo russ ist erschöpisch. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.